Ich auch! Für meine Kamera, rechts geht auch einigermaßen von links da. Ja, aber ich mache jetzt schon wieder her. Gut, okay. Aber, war ich ja wohl, oder? Ja, okay, alles klar, komm her! Oh! Komm her, komm her! Gernit! Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das ist ein Kuss, das ist ein Kuss, das ist ein Kuss, das ist ein Kuss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schau, 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 Schau. 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 Wir nehmen das mal wieder aus. Wir nehmen das mal wieder aus. So, hier hat sie gemeint, ne? Ach, geht doch. Ist auch gut. Mal unten wieder gemerkt, dass meine Beine weiß sind. Ja, gleich die erste habe ich schon verkackt. Ja, ich wohne auch. Es ist anstrengend. Und man fährt schon wieder. Es kommt automatisch. Und 1, 2, hast du nicht von hinten gesehen oder du riechst gesprungen? Komm mal, ich war mir nur nicht zu festgefallen. Ja, stimmt. Ist man auch. Ja, nachdem ich beim ersten Deich recht raus war, im grünen oder so. Ja, hatte ich auch. Punkt, bitte. Das ist meine Kameraaufgleich, wenn wir nachher sehen. Ich habe ja ein bisschen klappt. Lassen wir erst, aber... Ah, ne. Ja, genau. Da können wir nochmal abziehen, ne? Ne? Da können wir gleich mal abziehen. Ja, ja. Genau. Ich hoffe, die ist an. Hm? Ich hoffe, die ist an. warte mal abziehen, ne? Ja, ja. Ja, das ist so. Oh lord. Warte mal. Also, das ist dann wieder einmal raus. Ich kenne ja das Thema noch nicht so, aber das war nicht das Problem. Ich glaube hier wieder vorreifahren. Nö, aber ich habe Angst, dass ich überpese. Der was? Das ist überpese. Nö, überpese. Das ist mein Ding, überpese. Ich kann noch ein bisschen rollen lassen. Ich bin einer breit. Es war nicht auf, nie. Du bist in der Skil. Du bist heller nicht. Gott, du verpasst! Heiße, heiße Bui auf dem Boden. 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 Heiße, heiße Bui. Heiße, heiße Bui. Heiße, heiße Bui auf dem Boden. Heiße, heiße Bui auf dem Boden. Heiße, heiße. Heiße, heiße . Shut up and sit down. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Scheiße, allzu früher gewohnt. Ein bisschen drüber. Ich dachte, da kommt das jetzt. Fette Double. Scheiße. Ja... Aber... Ja... Das wird noch so krass. Ja... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, diesmal du wieder Hier ist ein Packer Jetzt muss ich ausruhen Hier ist ein Packer Hier ist ein Packer Hier ist ein Packer Hier ist ein Packer Hast du dich gepackt? Ja Aber nicht da oben wo ich dich überholt habe Genau Was passiert? Wir wollten ein bisschen aus der Anflugschneise raus. Gleich gebe ich dann verloren. Okay, also nichts drin. So, ich hoffe, dass man das einigermaßen hat. Du hast es ja auch nicht mehr gesehen, weil ich hinter mir war. Ich bin gesprungen. Also meiner Meinung nach. So, die Kleinen hier, die da jetzt kommen, die sind eigentlich ganz ruckig. Ja, jetzt werden wir schon fallen. Ja, jetzt werden wir schon fallen. Ja, ein bisschen. Ja, aber es fliegt roppeschnell. Da, doch. Das ist jetzt ein bisschen fliegt. Da, das ist ja ein bisschen. Das ist ja so.' Ja, so. Das ist ein bisschen ruhig. und schau und schau und 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 Wir haben beide wieder. Die Bahn verpasst. Haben wir beide wieder. Ich bin auch nur hinterher gefahren. Ich traue dir. Jetzt sind wir nur Kuppelfahrzeugen. Hier liegen 500 Prozent. Das ist ein ganz schöner Troctor. Ich filme dich mal. Das sieht aus und ganz wichtig aus. Oh, jetzt ist mir auch fast da drin. In der Steilte. 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 Hast du dich hingefahren? Ja. Oh! Oh! Ah! Wir haben einen Stock. Shut up and sit down. 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 Shut up and sit down.